Weißt du, wie dieses Bild heißt und wer es gemalt hat? Das Gemälde heißt Wird er den Punkt runden? Und ist ein Ölauf-Leinwand-Gemälde von 1880 von Michael Aungscher, einem dänischen Maler, der mit den Skagenmalern in Verbindung steht. Das Gemälde ist besonders bemerkenswert, da Aungscher es an Christian IX von Dänemark verkaufte, wodurch Skagen und seine Künstlergemeinschaft breitere Aufmerksamkeit erlangten. Die Skagenmaler waren eine eng verbundene Gruppe hauptsächlich dänischer Künstler, die sich seit den späten 1870er Jahren jeden Sommer im Fischerdorf Skagen im hohen Norden von Jütland versammelten, um die örtlichen Fischer und ihre eigenen Versammlungen und Feiern zu malen. Michael Aungscher, der 1874 in Skagen ankam, fühlte sich sofort mit dem Dorf und seinen heldenhaften Fischern verbunden.